So, es ist ja eine peinliche Situation. Ich weiß nicht, vielleicht machen Sie sowas öfter, aber an und für sich, diese Kleinkunstgeschichten, die sind extrem unangenehm. Man kommt ja darauf, ich habe ein riesen Plakat, so mit Rockshow, jetzt sitzen Sie da unten mit den Handtaschen. Insgesamt ist es eine peinliche Stimmung, es heißt aber auch Kleinkunst. Ja, du merkst es nicht, du bist oft in solche Veranstaltungen gewesen.